Es ist unsere Aufgabe, die Welt für uns und zukünftige Generationen lebenswert zu erhalten. Daran arbeiten wir bei EWE sehr konsequent. Wir haben uns früh dafür eingesetzt, über technologische Weiterentwicklung unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Klimaschutz machbar machen, das ist EWE. Wir haben uns sehr früh im Bereich der erneuerbaren Energien engagiert. Wir wollen zügig aus der Kohle aussteigen. Wir machen Angebote in neuen Technologien wie Wasserstoff oder Elektromobilität, um einen Beitrag zu leisten. Klimaschutz ist kein Trend, sondern Klimaschutz ist eine Verpflichtung. Wir machen Angebote für unsere Kunden und haben uns auch natürlich selber auferlegt, unseren Beitrag zu leisten. Das heißt, wir werden bis 2035 klimaneutral sein, um eben genauso unseren Beitrag, unsere Verpflichtung für Klimaschutz zu erfüllen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017